willkommen zu township weiter geht's ihr fleisch gesehen hat 49 eine blab ja ein level mehr 49 schon mein mann 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 moment genau eben kurz dass sie die sachen produzieren starten auch wieder ein geliebe ich nur noch ein und erdbeeren für die couch immer nicht fertig dort sechs stunden eine blöde kauten ist davon zwei stück machen aber jetzt wird du nur für die beiden coaches naja wie ihr seht ich habe hier auf den übrigen sagen weihnachtsmarkt mann 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 die stadtmarkt kann man auch suchen was man haben was man möchte haben möchte gut man habe ja auch irgendwo machen die das suchen ok da ist egal hier war das genau da war das gesucht das versuchen lassen ärzte wie ihr seht die gold ärzte zum beispiel kann man auch kaufen in anderen spieler natürlich ist es ja hier kann man auch machen oder halt der direkt hier mal eine suche geht gar nicht egal kann man dann direkt was zu suchen oder haltet hier denn immer das bestimmte kaufende von anderen spieler halten machen naja ich sehe gerade hier mit weiße hemd und beim bauwolle fisch ja sehr schön aber auch fertig sehr schön hier ist das labor da kann man hier wie gesagt diese das holen interessant sehr interessant ist der hier die ich gerade noch laufen habt noch insgesamt zwei tage läuft er hat man doppelte ertrag von den feldern also für niemals wirst du nicht immer abwärter mit der doppelte ertrag egal was ich hier an ein pflanze hält zwei tage erfolger hält 22 tage und schon nützlich sagen wir mal der ist wirklich eine dieser wenigen was übernehmen könnte vielleicht aber auch noch edelsteine schon ohne ende gesammelte noch ein euro machen wenn man gold pass hat nennt man noch einen platz haben die anderen werden wir gehen sowohl ist auch nicht verkehrt aber ich bin der dänesten gehen ok könnte man machen ich habe auch noch genug mit welchen auch erst mal am laufen halten aber mal 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 gucken ich habe hier was mit 49 kommt hier das neue gebäude im studio aber ich brauche noch fünf glasscheiben muss ich wieder weiter warten und halt kaufen wenn ich auch jetzt nicht mehr zu viel da ist zu viel ich hab noch über trank ist aber ich könnte vier betonplatten verkaufen wir müssen der platz drin dafür brauchen wir nicht wenn man es nicht verkaufen wir müssen für getreide ich weiß ja dass man daran gewöhnt sind doppelte ertrag gebunden ertrag ist auch die leute verkaufen aber egal dass wir erstmal so die lehre ein der zugefertigte kann abfahren wie gesagt dafür noch eine couch er dauert noch ein paar stunden und die lehre dort auch noch ein bisschen aber nächster zug schon unterwegs ich wollte besparen 40.000 schon mal wieder weil mit 50 und wieder nächste fabrik ich war hier in knallen dann ich könnte auch jeden platz schaffen genau das mal also wir land wieder erschießen neues neues stück land die da ist ja gut gucken wegen zahl ich habe ich alles gemacht oder haben wieder vergessen ich bin mich daran zu gewöhnen sie sofort futter einstelle auch wieder gemacht die blauen federn braucht man manchmal auch ich bin nur mit dem bananenbrot mit dem besten habe ich so gemerkt dabei bei donat habe ich jetzt nicht bekommen gehabt muss jetzt auch einmal jetzt ja genau den federball braucht man zwei federn also muss man enten ab und zu mal fitter um die werden zu bekommen jetzt habe ich ja habe ich noch noch neun ok und dann mit 58 über erst modelliert tun es geht jetzt modell ihr tourney modelliert tun also der zum formel hat aber dauert noch ohne ende wir machen hier warum nicht das macht man voll sagt wir haben es doch abends doch da ist schon ok ok ja sonst ich wollte genug gucken ich habe nämlich nicht mehr viele bananen gehabt nur noch 23 bananen habe ich diesmal danach schicken lassen hierhin aber ich glaube die ist jetzt voll ne ein lager ok reicht aber erst mal wieder genug bananen mehr als genug wo ist denn jetzt auch hier oben was meine suche ich guck jetzt mal was man noch so was nicht brauchen könnten wo es knapp werden könnte mal gucken da haben wir alles noch haben wir auch glaube ich habe auch mal wieder welche verkauft da mache ich auch noch genug kann ich für sich im hier machen wir sicher ja standard für sich hier macht man da wieder überschüssig jetzt kann ich wieder verkaufen dann halten da auch ein bisschen kohle für das auch nicht das problem ja sonst hat sich nichts großartig getan wie gesagt für die federn hier die blauen feiern zu bekommen manche will ich selten aber schon ein paar haben wenn man sie nach dem brauchten hat man sinne habe ich die besten erfahrungen mit dem bananenbrot gemacht ist auch nicht so teuer also die bananen ist klar und halter mutter zwei eier ja zwei eier und zwei getreide nicht wirklich die welt mit oder anderthalb stunden mein gott drei bananen und die beste frage machen sie auch die weiß ich bin ich natürlich auch dann nehmen es ein bisschen mehr halten ist klar ja das muss ich erwarten ausbauen kann ich nicht der bräuchte noch ohne ende für da alles ohne ende kostet 192 danke für 16 hämmer nicht platz und wieder wassermelonen mich verkaufen aber ich lasse erstmal für die marmelade aus drei stück drei wassermelonen für eine marmelade dann macht man hier sagen ein bisschen platz hier da 22 weizen braucht man nicht sagt egal ja wie gesagt das war eigentlich wird alles sonst ist nichts neues hier normal wie sagt dass das filmstudio da brauchst noch ein bisschen für häuser war glaube ich keinen neuen nämlich recht in sinne 50 erst wieder doch gut genau die kann ich noch nicht bauen wie eine filmstudio wenn das so weit das genau muss dass meine bevölkerungsgrenze wieder erhöhen dass ich wieder neue ja ja ich muss die grenze erhöhen die grenze obergrenze erhöhen die neue häuser bank genau so war das nun hat man sich als der filmstudio heute machen ich bin ein paar glasscheiben dürfte ich jetzt nächsten ein zwei tagen eigentlich haben ja dann sind wir da auch wieder soweit ready was man die man mit den kartoffeln hier natürlich schnell wenn ich ein bisschen mehr platz habe wenn ich wieder mache ich schon was ein bisschen gold warum nicht klar ärzte habe ich jetzt allerdings gebraten habe ich glaube ich keins mehr genau bergwerk will ich jetzt auch nicht mehr reingehen wie gesagt auch nicht ganz so schön nicht bei letzten aufsleim besser im bergwerk aber es auch irgendwo auch letztendlich geschmackssache habe ich bin einfach bei letzten aufsleim geht schneller voran schöner gemacht aber egal ok wir sagen das war es wieder für townships dann sehen wir uns in der nächsten folge zu township bis dahin schön mitte